Morgen ist Freitag, my dude. Endlich wieder Wochenende. Naja, mal gucken. Das ist kein Helm. Kann man nur so einen hässlichen Skin ausrüsten, naja. Wenn dein Helm so viel besser aussieht als der Skin. Psychiathe. Und jetzt? Das ist kein Helm, der von der Skin. Ich habe die. Ja, ich habe die. 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 Ich habe auch die. Was ist denn da schon wieder? Ist das die nächste Packung, Duplo, oder? Ne, die eine ist jetzt leer, ich hab mir jetzt ein Kaugummi genommen. Achso. Damit meine Zähne nicht instant abfauen. Tag in practice in half years. Ah, goodness. Ah. Das hier für ein Album nur Mist und ich fang da tot. Das war mega knapp gerade, ne? Ja, ich weiß. Wenn der ein Apfelmist nicht gewesen wäre, dann wäre der tot. Ah, mein Oerchen krabbelt. Egal, wir haben unser Gold bekommen, haben die schön kaputt gehauen. Sehr gut. Ach, du bist der Tag. Oh ja! Vorsicht. Ja, ich auch. Ist eigentlich total dämlich, das zu machen. Guck mal her, was ich mit deiner Freundin mache. Gut, klar, Norman. Wie ein Brett vom Kopf. Aber ist kein E. Könntest du mir aber zufällig ein Tango geben vielleicht, hm? Das wäre ganz vorzüglich. Ich hab eins gegessen, okay? Gut. Gut, jetzt hab ich eins gegessen. War mein Kumpel ready? Nicht viel. Okay, nee, nee, musst nicht. Lass mich machen. Auf der Computer line. ... ... ... ... ... Das ist die Verletzung! ist okay denke ich allein hat mich auch bekommen klar ja sondern die mädchen stirbt ist ja alles okay leider kein schaden ich bin wieder zurück Hau mal den, hau mal den, hau mal den Problem Problem, ne, soll ich nur machen, umso besser Sorry, der Call kam, eigentlich rechtzeitig, aber für mich zu spät Ich gehe jetzt trotzdem zum Golden der Mitte, okay? Ja Nicht genug mal für die Combo, glaube ich Ne, habe ich nicht Jetzt Ja, der ist tot Ich weiß nicht warum, der keinen Blink hat, der doof, aber Hat keinen Blink Dahinter kommen, wunder klar Der, der, äh Bitte fehlt Ne, der ist da Leiden ist miss Ist er Hab gar nichts, das habe ich gerade festgestellt Ja, der ist wirklich das steht einfach nur da wie ein npc das war ja geil jetzt blink jetzt hat er ihn oh gott der ist hier oh gott da kommen alle oh gott die waren ja alle hier ich muss vorsichtig sein die sind immer noch zu dritt oder zu viert hier hier Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Mach 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 Gutsch, sehr gut Ich glaube, ich gehe nochmal in der Mitte vorbei, ich habe eigentlich meine Kombo, damit kann ich dich nicht zerstören also diese Kombo, das ist wirklich Ch assunto, habe ich gesehen wie sie es ist da, ist hype es wird es wird Oh, schon! Du bist raus! Mhm. Hast du noch was? Oh Gott, da kommt der Laien. Ist ja lame. Ist schlecht. Ah, du bist vermutlich tot. Jaja. aber unsere teammates machen das ziemlich gut der snapper hat einen mega farm krank und der decay macht das auch gut ein gutes gefühl das könnten wir gewinnen aber wenn die zu uns runter rotieren um da ein bisschen rum zu machen dann können sie ja nicht vergessen hier oben drauf sind linksbums jetzt keine tippe jetzt muss ich zu fuß gehen ja geil gemacht von den linksbums gerade dass sie es nicht kriegen kriegen sie so ich gehe jetzt mal das ding die wurden ja aber in wald mit dir du kleiner loben ja gut ein bisschen mehr aus der aus unsichtbarkeit daraus machen es kann sein dass die willow wieder hoch also kann sein dass wir nicht allein sind ja 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 kommt von oben an die hat das ding nicht drauf naja du bist tief aber du hast ihn genagelt okay und dann noch ein paar verköchert wie man so schön sagt also gerade super geiler move in dir das war kein move das war der verzweiflung jetzt hier nicht gesehen ja das war auch also was willst du noch machen ausweichen ja schon gleich das ist aber jetzt noch die die der kugel ganz schön auf die einen hier die los hier haben die band hier lauf dahin gottseidank krieg ich denn ja was gemacht Auf meinem Raum! Oh ja! Hier ich komme! Mit dem und dem Vigor! Oh, die schießt gut Arrows! Gut, die war auch gestanden aber trotzdem! Gut, das war auch schon! Ich habe noch ein bisschen, aber mein UG ist auch wieder weg! eines tages werde ich es lernen aber dieser tag ist noch fern muss ja nicht gar so schnell sein ich denke alles war es ist knapp alles richtig wichtig er fällt rein wie ein beklopter der denkt wahrscheinlich wenn er sein ding an macht das immun dagegen aber leider schief gewickelt also wenn der anti-match nicht ins rollen kommt dann ist das ding in the back so Das war ich ein bisschen langsam. Über uns. Das zieht die dann auch nicht mehr an. Jetzt habe ich mal eine geile Ulti gefunden. Ja? Kann ich sagen, dass es so nicht stimmt, würde ich sagen. Alter, wie tief bist du bitte? Das ist kein Mensch. Meine Damen und Herren, das ist kein Mensch. Aber wir wissen doch nicht, was es ist, weil es hat zu geilen großen Helm auf. Die Planung wird der Regime im Umfeld von Little On said, dass die Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Bewahrern. Der Regime ist nicht mehr an. Der Regime ist einer Glide. Der Regime ist eine große Herausforderung. Der Regime ist eine Anlage. Das ist ein Mensch. Und das ist ein Witz. Oh mein... Oh! Das Ulti könnte geil sein. Aber nicht reichen. Doch, reicht noch. Aber schade, dass ich ihn damit reingebettet habe. Ich hab gedacht, oh, guck mal, da sind drei oben. Da kannst du doch locker runtergehen, aber... Oh! Alter. Der hat einen Reifen verloren. Ich reib mal nice. Ah, total. Alvern und brutal, was hier umgeht. Oh, ich hab... Nee, du kannst sagen, ich hab Geld, aber das bist du. Du hast Geld. Ich bin nach wie vor arm. Wird mir leid für dich. Ich bin nach wie vor arm. Ich bin nach wie vor arm. Hier bin ich. Hier bin ich. Auf mein Rau. Ich bin tot. Leider. Oh, ich bin die Miralat-Radian. Oh nein. Mit der Radiance? Nein. Da kriegt's jemand. Ja, der Sniper macht das nicht schlecht, auch wenn er dich jetzt hier ein bisschen auspeitscht, ne? Oh, ganz knapp. Da fehlen... ...ein Zentimeter hier auf der Map. Der Sniper hat einen... ...MTB. Ja. Das ist gut. Oh ja, right or andere? Ja. 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 Was geht mit ab? Oh, das Mars ist einfach nur so geil. Einfach so viel Spaß den zu spielen. Ich glaube die wollen mich. Oh, das Erbo trifft, ne? Ist aber eigentlich auch ne Frechheit. Ach, ich doof. Ich hatte sogar meinen Splitter. Den hätte ich einfach nur nutzen müssen. Dann hätte ich den ersten Tag erstmal ganz entspannt überlebt. Schön, dass es ist, wenn man den Tag in der Mitte noch hat. Da braucht man seine Füßchen nicht so anstrengend. Hm. Was heißt für ein Timing? Ich springe in den Stun rein. Haben ihm noch ein paar Kids geschenkt. Können ja schon seit 10 Uhr fertig sein, aber ey, YOLO. Ach, ich habe eigentlich gedacht, es machen wir Schluss, aber es ist erst halb zwölf. Können wir nicht noch eins machen, na? Komm, wir werden wir langsam mal finishen. Kann ich trotzdem in den Raum gehen? Klar, bis gleich. Mach, ich weiß nicht. Vielen Dank.